Einen wunderschönen Donnerstag. Willkommen zurück, Poli Bridge 2. Mit einem Workshop-Level, und zwar PUR LEMON von Pufax. Einfache Nummer steht da, deswegen habe ich es ausgewählt. Also, that's an easy one, just that checkpoint is a little low. Einfache Nummer, bloß der Checkpoint ist ein bisschen niedrig. Grüße an Kriya, Ninja 05, Sebastian und Durchschnittlich TV. Wenn ihr spielen wollt, das Level ID, wie immer, oben links am Bildschirmrand, sowie in der Videobeschreibung. Gucken wir mal, was passiert. A fährt, B fährt, Hydraulik, A fährt weiter. Wir haben 5 Straßen. Bist du schnell? Du bist schnell, also machen wir hier folgendes wahrscheinlich. Machen wir hier das da. Ja, wir haben den hier her. So, dich lassen wir fliegen. Dich lassen wir fliegen. Bleiben 4 Straßen übrig. Auf jeden Fall brauche ich eine Straße hier unten. Was passiert, wenn wir einfach fahren lassen? Passiert da was, wenn wir lange laufen lassen? Nee. Okay, also brauchen wir hier eine Straße. Gehen wir hier ein bisschen länger, damit wir das so halten können. Wir sollten eventuell auch den Speed reduzieren. Weil, kommt da hin. Trallt da ab. Wir haben Fetern. Das heißt, eigentlich ist das dann sogar wirklich eine easy Nummer, wie er geschrieben hat, der Pufax. Er lügt nicht. Manchmal tut er es. In dem Fall hat er nicht gelogen. So, dann machen wir den nämlich so. Machen wir hier ein bisschen höher. Das Ganze mit einer Hydraulik versehen. Hier müssen wir einen Split-Joint machen, damit er durch die Wand klitscht. Der wird wahrscheinlich aktuell noch umkippen. Das will ich nicht. Also gönnen wir uns hier dummerweise auch einen Stahl, um das oben zu halten. Aber dann brauche ich den nicht. Den nicht. Komme ich da hin? Nee. Mal mit einer Art Toothpick. So ein Zahnstocher. Um ihn in Position zu halten. Wie viel Strecke wäre das? 1,15. Müsste reichen. Sollen wir hier noch eine Federung hin machen? Wir haben keine Straße mehr. Hey, könnte es schon gewesen sein. Es macht nichts, wenn es mal schnell geht. Du hast recht gehabt, Pufax. Es war mal ein einfaches Level. Wunderbar. Schön, wenn es mal schnell geht. Gucken wir ganz kurz noch in die weiteren V-Plays rein. Natürlich wie immer noch Budget sortiert. Und wir uns da einrangieren. Na, gar nicht mal so schlecht. Nur teuerstes. Viehkuh. Da haben wir mit einer Feder die Straße gemacht. Okay. Hier einfach die Straßen nur liegen lassen. Das ist natürlich auch intelligent. Hier auch. Ja. Deutlich schlauer. Bei kleinerer Hydraulik von links hoch zu machen. Hier mit der Feder kannst du eben kürzer bauen. Macht Sinn. Intelligent. RL-DV. Da eine Feder. Und der lässt ihn darüber rampen. Okay. Cool, cool. Wo wo sie... Hat sogar ohne Hydraulik gebaut. Er lässt ihn einfach drüber fahren. Das ist auch nicht blöd. Er schiebt ihn ins Ziel. Ja, wieso nicht? Da brauchst du keine Hydraulik. Over in Aviation. Kleines Spring Cannon, um ihn runter zu bekommen. Aber er hat zwei Federn. Gab es nicht nur eine Feder? Und gleich nochmal gucken. Nee, Pufax hat auch zwei Federn. Ja, so viele unterschiedliche Lösungen. Und dann einmal hoch damit. Damit er ins Ziel kommt. Gut. Würde ich sagen. Schauen wir mal rein ins nächste Level. Das zweite Level heute. Wieder von Pufax. Und zwar Counter-Rate Elevators. Vielleicht kann man es auch anders lösen. Aber beabsichtigt sind zwei Fahrstühle für die blauen Autos. Keine Hydrauliken, nur ein Controller. Wie immer, Budget aber doppelt so hoch wie nötig. Und du hast vier Federn, obwohl du wahrscheinlich nur zwei brauchen wirst. Hallo Krier. Nachdem ich deine Hochhebelösung für Krabbe die Krabbe gesehen habe. Meine Hochhebelösung? Das muss ich überlegen. Ich glaube, das war dann die, die ihr im Video nicht gesehen habt. Sondern die ohne Hydraulik war. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Müssen wir mal ganz kurz hier schauen. Ob ich die gespeichert habe. Ich denke schon. Hm. Nee. Doch, hier. Genau. Das war nämlich eine ohne Hydraulik. Was auch ein Riesenakt war, das hinzubekommen. Damit sie da rüberkommt. Und dann ins Ziel schleudern lassen. Okay. So. Mal ganz kurz das gecheckt. Damit wir alle auf einer Ding sind. Gesehen habe, Level-ID, VWM, 6M. Bin ich beinahe sicher, dass ihr dieses Level gefällt. Wir werden es sehen. Gut. Was haben wir? Also. Also. A Hydraulik. A fährt, stoppt Hydraulik, fährt weiter. Wenn er am Ziel ist. A zwei. Also er nimmt den mit. Also A nimmt den mit. Geht hoch. Dann gibt es eine Hydraulikphase. Fährt also dann ins Ziel. Dann eine Hydraulik. Also wir brauchen auf jeden Fall Straßen erstmal. Das steht schon mal fest. Wir brauchen unten eine Straße, weil J ganz durch will. Also würde ich sagen, versuchen wir erstmal das hier. So einigermaßen. Günstig stabil zu bekommen, hätte ich gesagt. Weiß nicht, ob das hier allein hält. Wahrscheinlich nicht. So erst recht nicht. Könnte reichen. 2,5 PG, 4 BK. Wir werden es sehen. Okay. Nogfalls müssen wir es ein bisschen größer machen. Also da haben wir unten eine Brücke. Dann brauchen wir oben eine Straße. So. Der muss hochbewegt werden. Wir haben allerdings keine Hydraulik. Sprich, er will was mit Counter-Rates machen. Also gegen Gewicht. Ich meine, deswegen heißt das Level auch so. Offensichtlich. Das heißt, hier muss eigentlich temporär eine Lücke sein. Sonst kriege ich ihn da nicht durch. Ich denke, wir werden hier erstmal... Ich glaube, wenn ich das hier aber mache, wird es unten bei der Brücke zu schwer sein, oder? Und vielleicht auch nicht. So. Du musst nachher auch noch weg. So ganz nebenbei. Und was wir hier direkt machen müssen, ist erstmal alles entfernen. Oder sonst hilft mich das später. Wir werden die hier nachher wegfallen lassen müssen, wenn F kommt. Dann muss die hier wegfallen, sonst kommt F nicht hoch. Man könnte entweder sagen, man feuert das mit einer Spring Cannon hoch. Also mit den Federn hochschauen. Oder wir machen da wirklich einen Aufzug. So wie es Pufax plant. Und das Problem dabei ist, ich bekomme bei so einem Aufzug keine komplett vertikale Bewegung hin, sondern ich habe immer so einen Bogen. Der Bogen würde mir hier Probleme machen. Das heißt, ich muss eine von den beiden Straßen hier ein bisschen flexibler machen. Je nachdem, wie rum es sich dreht. Aber gut. Also fest steht auch, dass die hier sich natürlich voneinander lösen müssen. Eins ist fest. Woran machen wir das Ding? Da habe ich nicht. Wir müssen ein bisschen nach außen gehen. Brauche ich das überhaupt? Stinkt nicht. Wir brauchen einen Punkt, um den es sich dreht. Jetzt sagen wir mal, wir machen ihn hier hin. So. Okay, nicht dahin, sondern dahin. Okay, nicht dahin, sondern dahin. So, und dann brauche ich mir das Ganze nochmal kopieren an der Stelle, damit nämlich das Ding hier auch geht. Wenn ich jetzt fahren lasse und los lasse, also wir sollten die hier auch in der Phase aktivieren, dann würde das sich lösen, der würde nach unten schwingen. Genau. Das ist klar. So, was da auch feststeht, ist, wir können das Ganze hier auf jeden Fall aus Holz machen. Ich brauche eigentlich nur für das lange Stahl, sonst muss ich da so viele Holzmuskeln machen, das will ich nicht. gut, jetzt geht es darum, eigentlich würde es sogar reichen, wenn ich jetzt hier sowas mache. und jetzt brauche ich nur noch genug Gewicht, um das hochzuheben. Das heißt, ich brauche jetzt gerade so viel Gewicht, dass dem Auto plus Straße, es muss, ich brauche Gewicht, das mehr wiegt als Straße plus Auto. So, sehr gut. Eventuell sollten wir hier unten gar nicht versuchen, irgendwas Großartiges zu bauen, was sowieso nicht funktioniert. Wir gehen hier einfach auf Nummer sicher, wir haben das Geld. und du bist fest, du bist fest, du bist fest. So, einfach nur noch ein bisschen großzügiger zu sein. 3-3. Machen wir das jetzt noch ein bisschen extra fest. Das Gewicht hat noch nicht gereicht. Was genau war jetzt das Problem? Er ist zu früh gefahren, oder? Ja, er ist zu früh gefahren. So, was auch feststeht übrigens, das hier muss jetzt flexibel sein. Sonst knallt er nämlich dagegen und bleibt hängen, das will ich nicht. Okay, wir können das Ganze schneller machen, indem wir entweder mehr Gewicht machen oder den Arm länger machen. Wenn ich den Arm länger mache, brauche ich weniger Gewicht. Problem ist, er bewegt zu weit. Entschuldigung, ich habe aus Versehen mein Mikrofon geschlagen. Das ist die Verzweiflung, die sich schon direkt breit macht. Das heißt für mich, der Arm ist auch dumm. Ist auch dumm, was ich hier mache. Der Arm muss natürlich in der Hälfte sein. So, ich mache hier eine 2 Meter Distanz. Das heißt, der Arm muss 1 Meter sein. Das heißt, ich brauche hier muss der Arm sein. Auf der Höhe. So, ergo machen wir hier einen hin. Hier einen Arm hin. Die beiden verbinden wir. Den müssen wir noch festmachen. Wir machen jetzt sogar mit Stahl, weil wir da ein bisschen mehr Gewicht haben. Das will ich sonst nicht. So, und jetzt machen wir den Arm so hin. Weil dann müsste er nämlich maximal auf die Höhe hier gehen, auf die ich will. Wenn ich mich nicht irre. Ja, fast. Ist das jetzt zu viel Gewicht gewesen? Nein, er schlägt über. Ich brauche die hier. Ich muss das verhindern, dass die übereinander lappen. Das brauche ich. Die dürfen nicht kolinear sein. Deswegen brauche ich dieses Teil. Weil dann wird es gehen. Genau. Exakt. So, und jetzt brauchen wir eigentlich das Ding. Können wir hier zum Teil wieder aus Holz bauen. Da setzen wir direkt. So, das ist das Einzige, was wirklich stahl ist. Sogar eigentlich nur das ist, was einfach zu lang ist. Äh, schade. Hält nicht. Also müssen wir die unteren hier doch mit Stahl machen. Brauchen wir da drüben das so fest oder geht's? Brauchen wir sogar gar nicht mit Seil. Das heißt, wir können das wieder weg machen. Machen hier wieder normal fest. Geht das auch mit weniger Gewicht? Ich glaube nicht, das schafft er nicht, oder? Ne. Das ist definitiv zu wenig. Zwei. Nein. Zwei und ein normales. Aber die hier schon zu groß ist. So. Reicht das? Könnte sein, wir haben leichte Drehungen hier unten. Ja. Die reichen. Okay. Jetzt kopieren wir das Ganze noch einmal hier rüber. Ähm. So. Split Joint. Ihr seid alles einser, das ist richtig. Split Joint. 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1. Also wir haben hier eigentlich nur drei Punkte. Unten sind auf jeden Fall Einser. Die Straße ist zwei. Dann haben wir 1, 1. Hier ist halt zwei, oder? Ne. Du bist eine Eins, du bist eine Zwo. Müssen wir gucken. Wir lassen das auch mal in der gleichen Phase einfach passieren. Damit ich sehe, ob das richtig ist. Bin ich mir nämlich nicht sicher. Ne. 2, 4, 2, 4. Du bist falsch. Du musst dich noch unterscheiden. Genau. Wir bekommen die Bewegung hin. Wunderbar. In Ordnung. Damit wird das jetzt hier in der Phase G gemacht. Da kommst du. Und du. Gucken wir ganz kurz, ob wir... Das Problem ist, dass das hier vielleicht jetzt so ein bisschen stört, wenn er da langfahren will. Ja. Dachte ich mir. Wir müssen das ein bisschen höher machen. Damit der Kollege da durchkommt. So, wir brauchen natürlich unten auch noch Straßen, weil wir nehmen ja jetzt hier die Lücke weg für ihn. Ich weiß nicht, ob wir die wieder zurückkriegen können. Es könnte auch sein, dass das hier ein bisschen stört. Ich hoffe, dass der Compaq unter dem hier durchkommt. Ähm... Hm. Wir machen es anders. Wir lassen das nach oben schnellen, statt runterfallen. Weil runterfallen lassen würde ihn behindern. Also wenn der jetzt kommt, macht der... So. Der soll das nach oben feuern. Und dadurch den Weg freimachen für ihn. Nicht ganz. Bisschen mehr Power. Was ist jetzt los? Das hat jetzt hier drüben das Problem. Was? Wieso? Wieso? Noch nicht. Noch mehr Power. Noch mehr Power. Könnte bald ein bisschen zu viel Stress für die Brücke sein. Wunderbar. Und der kommt da durch. Okay. Das funktioniert also tendenziell. Jetzt brauchen wir noch folgendes. Wir brauchen hier eine Straße, die zugeht, wenn ich es will. Und wir müssen hier noch, ähm... Moment. Wir müssen die beiden jeweils eins nach oben machen. Die beiden jeweils eins nach oben machen. Ich hoffe, dass das noch funktioniert. Wir brauchen hier unten noch eine Straße, die da ist. Die ganze Zeit über. Wieso zickst du jetzt rum? Ich hasse das. Du musst los sein. So, das sollte jetzt theoretisch stimmen. Jawohl. Okay, das funktioniert. Jetzt kopieren wir das nämlich hier rüber, damit es hier drüben dann einen Weg für das Taxi gibt. Kurz gucken, dass hier auch die Zahlen stimmen. Und da müssen wir gucken, wie wir den hier im richtigen Moment runterklappen lassen. Damit F wieder zurück kann. Natürlich tut es das nicht. Sodele. Also, zwei Pferd. Du wirst zur Eins. Ähm... Eins Pferd. Du wirst zur Zwei. Das geht einmal hoch. Festmachen, festmachen. Eins. Zwo Pferd. Zwo Pferd. Jetzt müsste es stimmen. Jawohl. Sehr gut. Einzig und allein, was mir jetzt noch fehlt, ist hier die Klappe. Fällt es leider in die falsche Richtung. Ähm... Wir können das natürlich so machen, mithilfe einer... Nein. Wir müssen schon das Gewicht leicht nach rechts legen, damit du in die richtige Richtung fallen willst. Das ist zu viel. Das sieht gut aus, oder? Ein bisschen... Bisschen mehr. Kleines bisschen mehr. Okay. Du bist noch nicht voll ausgefahren. Jetzt machen wir jetzt so ein bisschen Mühe für Mühe... Ich mache hier einen Split-Joint rein. Hier einen Split-Joint rein. Damit das einklappt, wenn ich es will. Das passiert in der Phase. Also müssen die hier dann auch sein. Ein bisschen mehr. Das sieht ganz gut aus. Jetzt machen wir nur noch Folgendes. Wir müssen den hier rein machen und den hier löschen. Reicht das? Nee. Reicht nicht. Also machen wir den so. So, aber jetzt wieder zurückgehalten. Bis der Weg frei ist. Wenn er kommt, müsste der lösen. Er klappt ein. Leider greift er nicht zu. Aber es reicht trotzdem. Und... Ey! Es hat funktioniert. Es hat ein bisschen länger gedauert, als gewollt. Aber egal. Ich finde, der erste Ding hier ist sogar relativ smooth. Das gefällt mir noch. Der zweite nicht mehr ganz so sehr, weil er ein Tick zu früh startet. Aber was soll man machen? Mal ganz kurz... Wiederholung teilen. Dann gucken wir uns die anderen Wiederholungen an. Immerhin. Wir sind zwei teuerstes. Günstigste Variante von Pufax. Ja, einfach nur genau geplant. Der hat dann hier das Ding... Okay, er hat hier gestoppt mit den Federn. Das ist natürlich auch schlau. Statt wie ich einfach durchlaufen zu lassen. Und dadurch kann er die Straßen da nutzen. Ja. Macht Sinn. Einfach nur mithilfe der Federn das Ding gestoppt, wenn er es stoppen will. Klar. Und dann sehen wir hier noch Teacher Hang. Der hat es hochkatapultieren lassen. Das finde ich auch ganz geil. Habe ich auch gesagt, könnte man machen. Und dann hier mit der Klappe schön aufgefangen. Da musst du massiver bauen, weil er eben dann runterstürzt. Schönes Ding. Ich bedanke mich wie immer bei euch für sein Scheiben. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Denkt dran, Samstag, Sonntag Master Mode. Der normalen Level. Dienstag Master Mode der Bonus Welt. Und nächste Woche Donnerstag geht es weiter mit Leveln aus dem Workshop. Wenn ihr die Level auch spielen wollt, Link in der Videobeschreibung. Ansonsten viel Spaß und auf Wiedersehen.